ah ja 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 ich weiß dass ich gesagt habe die zutreffelte blablabla mein gott was interessiert überhaupt bei pokémon 150 pokémon und welches pokémon ist es 150 und welches muss man auf jeden fall gezeigt haben weil es einfach mit zum spiel gehört richtig YouTube und darum sind jetzt in der Azurier Höhle und ich begrüße euch recht herzlich zurück bei den wahrscheinlich letzten wirklich wirklich letzten Partes normalen Let's Plays nachher kommen schon und Let's Battles etc vielleicht man weiß es nicht würde ich sagen und ja wohl ich werde nicht lange auf die Folter spannen die lege sofort los und ich mache erst ein paar Schritte und schon kommen hier die wilden Dolberts aus den Ecken gekrochen Level 55 ist ja nix nix ist das auch hoher strahlendes Ding ist weg oder nicht ganz das ist peinlich äh nein ich fasse es nicht mein Aquana ist mein neues Manky oder was so wie das in letzter Zeit vergiftet wird ist ganz schön schräg na gut muss ich mit leben kann man nichts anderes machen denke ich mal oh mein Gott und ja ich trage immer noch das Lidia mit mir das einzige was ich mir geholt habe ist ein paar Hyperbälle ja ich meine ich will guck nach hier ist mir vergiftet ich habe ich irgendwie Gift Heil Dingens außer Hyperheiler nein nein immer ja klar natürlich warum auch nicht naja kommt knick nach hier über springen weil ich will versuchen Mewtwo mit und zwar Mewtwo mit ein paar Hyperwellen erstmal versuchen zu zupangen bevor ich wirklich die Meisterball verballer das ist mir auf der Eier Parasek so Parasek ist ja auch so eh so das unnötigste Pokémon auf der Welt ja 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 wenn ich habe ich das mit einem Überstrahl äh Aurora Strahlen ich bin evil true evil nein ich weiß hier gar nicht glaube ich habe ich habe die Höhle hier noch nie gemacht ist wirklich sehr okay da kommt nur zu einem Pokéball nur gut äh wenn man noch mal Topschutz ja das ist glaube ich das Glückste was jetzt machen kann und auch das Lämste aber mir egal ja ja so okay da kommt nur zu so ein komisch Pokéball den brauche ich nicht ich denn ich bin geil ich bin cool und das schaue ich auch so ja 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 ob ich muss hier haben Top Genesung immerhin ich meine solange dass er kein Meisterball ist muss ich doch nicht hingehen oder noch ein Nugget yeah okay ich befürchte ich brauche irgendwie Zertrümmerer kannst du knicken ich bringe dir jetzt kein Pokémon mehr Zertrümmerer weil wo kann Lidia Zertrümmerer gute Frage mal kurz gucken vielleicht kann Lidia das erlernen das wäre natürlich übelste krasse scheiße das wäre ich sag jetzt mal auf ghetto der steht ja irgendwie nicht naja okay aber genug kann das wäre ja gut alles lernt oh ja oh ja oh ja oh ja ich fasse das gehen wir hier hoch hallo ist hier jemand ich hab keinen Bock auf lagier und ich fasse es nicht ich brauche nicht wirklich jetzt irgendwie so ein kack pokémon zertrümmerer oder die weniger ja ja geh weg so noch mal Top Schatz anschmeißen das bringt ja auch so viel wenn ich Top Schatz auf meine Schuhe spritze okay dann komm ich nicht durch lächerlich und fuck was jetzt Tito Fett hier kriegt man also Tito und hier tötet man die du alles klar scheiße ich wollte es eigentlich fangen ich meine so ein Dito und dann kann man ja so weiß Bescheid ja gut kann man sich ein paar Glummann das Zeug ja gut ich komme ich werde das Gefühl nicht los dass ich irgendwie zertrümmerer brauchen ich habe keinen Bock das einfach um beizubringen mann so viel schiss ist das Schatz weg nicht mehr scheiße Nein so kurz vorm Ausgang leck mich doch steht das dadurch ich weiß es gar nicht anscheinend nicht hey cool ich glaube ich werde nicht mehr auch nur mal unser relaxo mit solarstrahl und johann was war ich glaube ich vergesse spezial verteidigung steigt stark ihr ließ klar bringt sie aber auch nicht wirklich viel bitch please nicht bei meinem relaxe okay ja ja gut danke 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 das war's vielen dank für ihre bewerbung aber sie kommen leider nicht in die band ja das wäre mir die entscheidung auch nicht viel gut nehme ich halt ein pokémon mit das vertrömmer kann dann lege ich halt das ei beiseite weil ich so faul bin ich einfach einfach weil ich es kann ja ja so ja ich glaube ich lege wirklich das ei weg und in mein schein immer schon mit ja ich habe ein schein immer schon ich weiß nicht ob ich schon gezeigt hat es ist so ein tag braun ist eigentlich kann ich nachher mal zum attackenverlierer gehen und man ganz normal die vms weg lernen lassen vor allem kaskade und so weil das ist total unnötig dass das groß meiner quana macht da ich ja auch noch andere pokémon ab zum beispiel surfer hat jetzt auch schon hier geister relaxo und ja stärke könnte man schon eigentlich auch mal lernen die euro vergeltung alter ich mache erstmal gesichte weg das können wir schnell überspringen bringt stärke das kann ich es so lassen weil relaxo das kann daher unnötig heute geht mein fahrrad schon ja nicht ich fasse es nicht mann ich bin ich kriege gleich einen kollaps alter so ich kann verfahren weil ich bin mir lieber ich bin ich bin ich bin sicher werden wenn ich bin ich dabei��는 modell ich glaube ich lasse das erst mal so ich hätte auch gleich ein Punkt dagegen können aber nein nein dafür ist keine Zeit nein 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 aber ich kann mal schnell zurückfliegen oh mein Gott jetzt kommen wir erst mal das Item weil ich echt geil bin ja zu drümmereinsetzen aber schon ist doch mein einziges das schein Tabgelesung für den ganzen Aufwand nur Tabgelesung ich glaube ich werde nicht mehr oh mein Gott ich hasse euch alle naja ist auf die Aquana dich mag ich aber auch nur ein bisschen wir gucken jetzt einmal überall mal rein nun mal hier zur Trümmerer hier kommen wir nicht weiter alles klar jawohl da hat mich aber ja ganz fein verarscht leck mich doch was Schutz wird nicht mehr halt das soll mir doch irgendwas sagen so hier lang das Item AP Plus cool kann ich ja nachher lohn kann und aufladen okay ich kann das nicht so gut das ist ja scheiße ich bin halt zehn Jahre was wollt ihr überhaupt okay so jetzt machen wir hier den stein kaputt ja jetzt habe ich 125 freu ich mich jetzt gehen wir hier mal lang ja ja überall mal rein jedes loch mal fast blüht ja ja jetzt muss ich ja woher kommen weil sonst und strich hier haben wir hatten also bei mir war das früher mal so mit den VMS ich hatte immer ein bis zwei Punkt man die komplett vm-attacken also die unnötigen vm-attacken konnten sprich um wie hier zertrümmerer zerschneider blitz und stärke ja naja unnötig würde ich jetzt nicht sagen aber ich würde sagen stärke war nie so das was ich gebraucht habe hin und wieder hatte mein normales Pokémon das auch also ich hatte immer fünf Haupt-Pokémon so in dem Sinne und es war immer variabel welche Pokémon ich haben wollte okay da kommt nicht nee da war das mit vm-attacken also wie gesagt der schneider zertrümmerer und so war immer ein Pokémon das geblatt meierte aber surfer doch surfer ja surfer war glaube ich fast die einzige tm die ich wirklich durchgehend benutzt habe wenn ich jetzt zum beispiel mit dem foto oder angefangen mit warum fällt die du nur so wenig aus verstehst nicht nur die rechte an 29 hier habe ich jetzt ohne ich will ich will es noch mal ein Tito gegen ein Tito will ich kämpfen nur gegen ein Tito gönnt mir das mal ein Tito nur ein Tito bevor ich jetzt gegen Mewtwo antritt Tito tritt ja auch auf wenn ich kein anderes Punkt habe ich will nur Tito haben einfach nur nachher ich will ich spiel nachher bleibt grün hier noch ein bisschen einfach nur so aus Fun aber einfach nur so weil ich es kann und dann die Torwart und die wird 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 kommt die dort kommen seit brav ist wieder Pokémon nachgehen hier runter da ist nicht ja die ganze es ist ein Tito das ist ein Tito Fick dich! Leck! Misch! Wenn du jetzt überhaupt gestürzt. Hm. Ja, ja, das war aber effektiv. Ja! Ich seh gleich den Gigas... Ich seh dich von den Gigasauger. Ähm, Kaskade, das war Absicht. Das war Absicht, Leute. Das war Absicht. Aromakur. So, er halte sich doch jetzt nicht, ne? Dieser Arsch. Ne. Cool. Cool, cool. Ne, den benutzt ich garantiert noch nicht. So. Den will ich aber benutzen. Einfach nur, um die Sammlung ein bisschen zu kompletieren. Weil ich hab ja nicht alle 150 Pokémon. Ich werde es dir hoffentlich irgendwann haben. Und, äh, ja. Soweit, soweit ich weiß. Also, soweit hab ich dann jetzt schon mal alle... Wichtigen nachher. Ja, bla bla. Nein, ich will ihnen keinen. Äh, Spitzern geben. Ich heiße ja nicht erst Paar der 0100. Ja, ja. Und ich habe auch keine kleinen Eier, so wie der. Und ich muss jeden Pokémon-Eurscheiß-Drecks-Spitnamen auf die Backe drücken. Wenn man sich dann besser einfach selber einfach besser fühlt. Ähm. Die Tau. Ja, ja, ja. Das will ich haben, das nicht haben. Das will ich nicht haben. Dann mach ich jetzt selbst, das ist ein State, weil ich mich an der Barsch lecken könnte. Jo, 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 jo. So. Ich meine, das Ding ist 67. Scheißegal, welchen Level es eigentlich hat. Also, gucken, wie viel es aus. Alles klar. Alles klar. Ja, mal, oh, 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 Junge. Oh. Das müsste... Scheiße. Danke, 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 ja. Und was, oder? Ach so, Aquana hat... Ach so, ich kann mich mit Wasserattacken heilen. Der schönen Ding. Das ist ja ein Ding. Wenn es jetzt keine Volltreiber wird, habe ich gute Chance, es zu fangen. Oh, fuck yeah. So. Das ist jetzt uncool, warum macht das auch? Das solltest du es nicht machen, das soll mich heilen. Ich kann mich nach YouTube. Das wird der lahmeste Kampf, weil ich schmeiße sofort den Meisterball. Fuck. Fuck you. Suck my balls, Tito. So wie Tito kennen wird es sogar machen. So, not my balls. Fahr an, nicht zurück und bleib im Pokéball. Sein braves, Tito. Ja. 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 Bitch. Kriegt man hier überhaupt Eier? Das ist jetzt die Frage, ne? Ja, ja, ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. So. Nein. Top-Schutz da. Alles klar. Dieser Part wird extra large, weil, wegen YouTube, ne? Elektroball. Ich bin am Arsch. Nein. Nein. Okay. Ganz ehrlich, hätte ich lieber Schockwelle oder so gemacht, was das Pie halt könnte. So an sich an Elektro-Tacken, oder? Hier Top-Trank. Zick-zack. Bring mir Aquaner mal wieder auf die Beine. Überball. Nee. Ach, muss ich schon wieder die ganze Kaka-Abel aufnehmen? Ach, Mann. War nicht faszinierend. Ja, ich möchte surfen. Lala. Mewtwo sieht irgendwie ein bisschen traurig aus. Kann er sein? Ich mach's mal glücklich. Wow. Ein Trainer. Hallo Mewtwo. Wie geht's dir? Lang nicht gesehen. Wie wär's mit so'n schönen lila Pokémon als Freutagsgeschenk? Ja. Toll. Mewtwo wurde gefangen. Cool. Welche Pokémon? Dieses Pokémon ist das Resultat eines jahrelangen und skrupellosen Experiments. Jeder, der Pokémon geguckt hat, weiß das. So. Hab ihn Fluchtseil. Sag mir bitte, dass ich so geskillt bin und Fluchtseil hat. Ja, cool. Ich hab sogar zwei. Ja, ich hab Fluchtseil. Wim, 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 wim. So. Meine Freunde. Und das war's jetzt erstmal wirklich fürs Pokémon Let's Play. Ich kann nichts mehr aufbieten. Äh. Ja. Ab nach Alabastia. Das war's. Im Großen und Ganzen. Ja. Äh, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Von auch schon bis zum Ende. Das einzige, was vielleicht noch vor... Vielleicht. Sag's euch nur. Vielleicht. Ich weiß nicht. Also, wir haben es letztes Mal probiert. Da ging das leider noch nicht. Ähm, weil... Das... Na, wie heißt es? Der... Na, na, ich komm mit nicht drauf. Ich komm grad nicht drauf. Der, äh, Emulator hat nicht, äh, funktioniert. Also, er wollte nicht. Ähm. Und, äh, da müssen wir noch mal ein bisschen rumtüfteln. Bevor er das letzte Battle überhaupt startet. Äh, überhaupt irgendwas startet. Ähm. Ähm, aber bis dahin, wünsche ich euch noch, ja, schönes Gelingen, wenn ihr selber letzte Player seid und vielleicht sieht man sich ja bei dem Together, man weiß es nicht. Äh, ich für meinen Teil verabschiede ich ihn jetzt von Pokémon Blatt, und ich hoffe, ihr seid, äh, bei Pokémon müsste ich dann, äh, noch mit am Start. Und, ja, da sehen wir uns in einem anderen Part von, je nachdem welchem Let's Play, ne? Also, bis dann, und, ja, ciao.